ja willkommen mein name ist dann die urlp und ich begrüße euch zurück zur let's play tales of the syria in der letzten folge haben wir einen pakt also nicht im pakt wer hat ja doch eigentlich mehr so ein pakt mit mit leo abgeschlossen damit er jetzt mit uns fusionieren kann und irgendwie nebenherrscher von leila wird damit uns begleiten kann und helions plätten kann und so weiter und so fort ich habe ein ganz klein bisschen trainiert obwohl ich kein einziges level dazu bekommen habe ausrüstungsmäßig habe so ein zwei sachen neu von zufallskämpfen glaube ich hier hat bernstein schwert zum beispiel das hat jetzt vier effekte und hier haben die anderen charaktere nein quatsch weiß nicht was hier noch so geändert hat ich glaube ich habe eine neue schleife für alicia geholt und starb für miklio weiß ich jetzt nicht und ja aber versucht ein bisschen so diese kampf aktion zu lernen sag ich mal was ich aufs geht machen werde weiterhin und ich bin mir jetzt nicht sehr schön bin mir jetzt nicht sicher wo wir jetzt hin müssen suche ein seraph der herrscher ist landes werden wird und suche nach pater bräuner ich weiß nicht warum wir jetzt noch mal das oberste machen sollen ist doch jetzt schon ein bisschen weise nicht ich finde es ein bisschen verwirrend gerade so fisch und chips ist neue kaufen wir mal dann können wir glaube ich ein neues geht oder ja ja weil ja 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 Warum werden wir dieses Gespräch? Okay, wir haben Turtles angesprochen, jetzt gehe ich mal zu den einen Turtles hin, ob vielleicht irgendwie jetzt eine Nebenquest oder so aktiviert worden ist, keine Ahnung, habe ich schon Schicks gegessen. Ja, ich habe außerhalb von Darmesee trainiert und hier ist ein Gebiet, wo ein paar stärkere Monster waren westlich von Darmesee, also wenn man nach Darmesee rausgeht und nach Westen geht, da war ja dieses Gebiet mit so etwas stärkeren Monster, da bin ich mal für eine Sekunde reingegangen, weil ich wollte, hat die Gegner neust worden in Darmesee und da habe ich auch gekauft, da ist irgendwo der Stern, also müssen wir da vielleicht als nächstes hin, also nicht. So, und der Turtles ist jetzt nicht hier, aber hier ist auch ein Stern in Darmesee und jetzt bin ich verwirrt. Sprechen wir mal, endlich wieder einen Träger. Wir sollten uns darauf konsultieren, Pater Beune und den Sarg zu finden, der ein Herrscher des Landes ist. Okay, das wäre ein Herrscher des Landes nicht irgendwie ganz am Ende besiegen, ja, das verwechsel ich da, aber meine, mit Herrscher des Landes ist hier ein Erdserrafen oder irgendwie sowas. Deshalb glaube ich, diese Blondine, ne? Keine Ahnung, die hat irgendwie im Intro einmal so gestampft und irgendwie sind Felsbocken aus dem Boden, kommen wir zu nicht, machen die ist irgendwie der Erdserrafen. Nehme ich an? Oh, da ist bestimmt der Pater. Ich habe noch das, wie ich in der Erdbeere geflügel. Ich habe noch was mit der Erdbeere geflügel. Ich habe noch nicht gesagt, dass ich mich so sehr von den Pater. Ich habe mich auf die Erdbeere geflügel. Ich habe mich so sehr, dass ich mich zu tun habe. Ich weiß, dass ich nur das Geld habe. Ich hätte das Geld für seinen Baum. Ich habe immer mit dem Donner-Lehrverkäuert! Das sch eerste als auch jemand auch immer sagt, dass ich das Kind zu Hauseассchrenze. Dann bist du mir bei mir und der Sorgen des Blumen. Aber ich habe alles mit ihren Beinen gebeten. Daher würde ich meinen, dass ich mich nicht und der Blumen geschaut habe. schon wieder so richtig bescheuzt denken schon wieder richtig viel zu fanatisch schon wieder Oh, sorry. Ich bin hier. Ich bin Slay. Hm? Ich möchte mich für dich, um zu retten und zu retten. Ich habe mich mit mir gefühlt. Ich habe mich verletzt. Ich habe mich noch nicht mit meinen Freunden. Aber ich kann mich für dich. Nein. Ja, natürlich. Bitte, bitte. Danke. Oh. Das war's für mich. aber ich hasse dieses gefühl er hat erwiesen ist ein schilliger priester na schön ja also dann suche ein sehr haften herrscher des landes werden wird okay dann weiß ja jetzt wo ich hin muss so kann ich aber stolpert ja aber nichts anders gemacht ich habe nur gegen stangen und wölfe gekämpft also nicht ein paar mal amortisierung eingesetzt weil ich auch irgendwie dafür kampfaktionen bekommen kann aber noch nichts freigeschaltet weil dieses ding ist hier fisch und chips und für den effekt gibt es überhaupt nicht immer hier angezeigt okay ich habe ein zwei neue ringe und so ich bekommen alles durch zufallskämpfe also ja da habe ich kein einziges damit abbekommen so ein dreck ich glaube ich muss dann hier lange halken wingen haben also noch mal wieder ein paar gegner platt ich kann auch glaube ich dreimal den angriff aufladen also abwehr aufladen erzählt dann jedes mal als eine aufladung ich hatte ich früher gewusst irgendwie 500 mal immer noch ein kampf ich dachte jetzt mit dem kampf die titel kann ich irgendwie nicht aufleveln verstehe nicht mein verdacht wäre jetzt irgendwie bei jedem level ab aber das ist irgendwie broken weiß ja wenn ich zum beispiel ein titel ausrüste hätte ich mal geregelt werden kann dann auflevel ich kann es am kant kräuter herstellen geil aber wie stark seiten die alle wird 13 mann erkenntnis zum tiefen vertieft kampfaktionen erlernt okay dann schauen wir mal ich möchte jetzt nicht da ladung zauber drücke nach dem wirken eines seraphischen arts 0 ap okay drücke nach dem wirken eines seraphischen arts x um ein höheres seraphisches arzt wegen falls du eines gelernt hast okay cool ist umsonst ausstöße muss ich noch zehn machen kämpfe brauche ich noch ein paar hier dann habe ich auch entdeckt kämpfe mit schwierigkeit oder höher okay cool dafür gibt es auch noch extra dinger oder hier verteidigung 567 so hat einmal ein verarzt gelernt gefrierlanze eis plünderer wird mich hier gerade die monzahn platzbombe anwender um ja ja können vier ja nochmal wechseln ja ich bin dafür also ich bin level 11 47 er kann gar nicht versteht nicht machen wir mal fokus noch mal ein paar neue auf leveln michael bekommt auch fokus du bekommst was soll ich dir erst mal auf level 5 du hast mal 1 auf 5 mich von einem titel schon mal sagen kann den habe ich auf level 5 wahrscheinlich so keine erfahrungspunkte zu bekommen naja und amortisierung ich muss noch ein paar stöße haben also r2 schön war wer wer was war denn ja aussetzungsfähigkeit tue ich irgendwie nach jedem kampf erhöhen monolith ja ist es kriegsart du kannst einen stoß anzeigen ein einziges mal ein einziges mal erhöhen indem du einen betäubten feind mit deinen ersten kriegsart trifft und anders gesagt unterbreche deinen angriff wenn du ein feind während des angriffs betäubst und beginne ihn noch mal mit einem kriegrat damit seine stoß anzeige ich mir jemals merken kann jetzt mal ganz ehrlich welche mathematischen sachen don't use your fancy mathematics to me da ist der truhe wo ist das ziel da und habe schon speichern gesehen schokoladen gelato wird sich irgendwie nie die dinge irgendwie schadet man die arzt nicht mehr weiter die animation sich nicht ändert wenn man die öfter hintereinander einsetzt das hat mich hin das war ich in telsprozess f nämlich gut was mit espel dämon zahn eingesetzt zweimal hintereinander und die animation hat sich geändert wenn ihr jetzt hier immer die gleiche art hintereinander einsetzt sieht die animation immer gleich aus bin ich ein bisschen doof und ändern können ändert das nein wo bin ich da ja hier haben wir leute und einen krabbelt eine spinne glaube ich du bist du bist du bist du bist du holst oder was okay ich muss eine spinne sein aber wahrscheinlich war so auch nichts nicht von oben irgendwas gesehen wer seid ihr der regen ist unglaublich wir kann es drüben bei damen sie so ruhig sein wenn es hier so schüttet es ist ganz klar dass die brücke bei solchen niederschlägen weg gespielt wird aber trotzdem ist es nicht zu glauben ja und ihr es wird sogar noch schwieriger als wir dachten die sandbänke in der mitte auf denen die stützpfeiler standen sind komplett weggespielt worden kriegen nach dem richtig heftigen regen damit er muss sprechen aber von dir nehme ich erst mal abstand ich gehe erst mal da hinten hin du kannst nichts dagegen unternehmen woche noch so ein volt ross einmal du bist anfällig gegen feuer er hat ein bisschen abgezogen okay es ist nicht vollkommen für den dreck wenn die gegen feuer an sein montal hat kann man aber auch gar nicht oder klingt nach sachen für die mädels so du bekommst den geilen effekt hier ist das gewicht an ja du lass mal ich gucke nur auf die effekte ich weiß nicht wow was zum ein mobeltier jetzt für jeden gegner irgendwie zusammenfassung geben ein ertrinken war mit drei effekten Ich habe jetzt endlich mal einen Pfeilring gefunden, der ja das rote Ding gibt, damit ich den Bonus hier aktivieren kann. Verdammt. Ja. Ah. Bernstein-Sperer. Hm. Nicht gut. Kampfsstipel. Da habe ich keine mehr. Ah. Ich glaube, der ist besser. Sei dir bei. Und jetzt du noch. Oh. man nicht hätten wir müssen dahin dagegen fällig gemacht punktemäßig geht überhaupt mehr abheben kommen und so ich glaube nicht wo ich dann abbekommen aber die brücke ist kaputt damit man glaube ich wahrscheinlich dahinten okay dahin geht es so sehr quatsch ok kann ich nicht lesen und teil Das ist das, was ich? so so ja ja gerade wo der park beinahe zu ende ist könnte mich doch mal ob ich so winzig ich habe es viel größer boros ok die schlange die sich selbst das ist eine hand schlangen hier aber hier ist praktisch zu gefährlich für einen drache sei vorsichtig und greift nicht einfach willkürlich an doch besiegt 0 von vielen das gefühl hat sich wird bald ein normaler gegner auch du machst ich brauche mich manchmal drei angefangen manchmal nicht einsetzen weil du bist anfällig gegen wasser die ganze zeit am paus war noch einmal leila verbinden sollen und sagt zum zum also von jetzt auf einmal möchte vielleicht etwas abstand nehmen man jetzt auf jetzt zieht die heilung fähigkeiten war gerade schon wieder ton jetzt ist er wieder neben ja so er noch der beiden sieht viel größer aus und das durch gerade geheilt der hat sich geheilt ein angriff zu ausgewichten sich schon wieder gehalten schon sagen mit er habe schon ausgefunden sie ist viel zu leicht bleibe ich habe mich zu früh mitgedrückt weil ich gerade sagen wahrscheinlich umgekehrt ein bisschen hertha das war auch eine legende Das ist gut. Was ist das, was du mit dem Haus? Ich habe das auch gut gemacht. Das ist ein bisschen unverlässig. Was ihr uns damit nicht zu machen, was es dann nicht möglich ist? Ich danke dir. Wir haben auch wieder geholfen lassen. Ähm ... Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ja klar, dass du dir das okay bist. Du hast du einen Mannschaften, also hast du dich. Aber es hat sich plötzlich auf den Regen geblieben, und es ist auch wieder ein Problem. Das ist eine Rolle von der Mannschaft. Ich dachte, du hast du einegendte Lange. Ich habe mich auch schon daran gewusst. Er hat mich Probleme. Ich bin doch richtig geirrt. dann lasst mich mal speichern und den park beenden wenn es geht dann würde ich sagen ich bin die partie und wir uns in der nächsten fall auf let's play test ist er ja ich bleibe ich schon und sagt tschüss bis zur nächsten folge